Aus einer Flagge ein Lipgloss machen? Japp, und wir fangen direkt mit einem Fail an. Da ist wohl ein bisschen zu viel Schwarz reingekommen. Aber damit das Ergebnis nicht verfälscht ist, habe ich danach ein bisschen rausgenommen. Ich glaube, man kann's hören, ich bin ein bisschen erkältet, aber das hält mich nicht davon ab, mit euch coole Videos zu machen. Es ist ein schwarzer Lipgloss geworden. Surprise, surprise! Beachten wir bitte nicht, wie ich den Lipgloss auftrage. Ich hatte einfach keinen Applikator mehr. So sieht also die deutsche Flagge als Lipgloss aus. Interesting. Aus welcher Flagge sollen wir morgen ein Lipgloss machen? Schreib's mir in die Kommentare.